Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Trouble in Terrorstown oder Minecraft. Hallo! Hallo! Kann das sein, oder ist das hier Minecraft? Ne, ne, das ist da die Welly. Das ist Lego. Das ist Lego. Seid ihr bescheuert. Wir nehmen Ossi. Ossi. Ja, das kann natürlich sein. Hallo! Äh, ja. Wir nehmen Ossi. Hör auf damit. Ossi Ostborn. Ist ja widerlich. Utsi. Warum wählt ihr eigentlich immer hässliche Menschen? Was? Hä? Ach so, stimmt. Was für ein Skin? Ossi. Ossi? Ach so, Ossi. Ossi. Einfach ganz normal. Stimmt. Ossi. 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 Ossi Ostborn. Ossi Ostborn. Ossi Ostborn. Ossi Ostborn. Ossi. 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 So nenn ich die Folge. Ossi. Heute mit Ossi Ostborn. Ossi. Darf man was verändern oder so? Naja. Das kann man lassen. Echt? Ja? Einfach in seiner vollen Ossigkeit hier. Ossi Ostborn. Ossi Ostborn. Ossi Ostborn. Ossi Ostborn. Ossi Ostborn. Au. Hätte ich mal noch meinen Marmeladendöner. Das war nicht ich. Was? Marmeladendöner? Marmeladen, was ist das denn? Ja, Marmeladendöner ist ein Berliner. Achso. Ach, Marmeladendöner. Äh, äh, okay. Uiiii. Da flog ja gerade der Ossi Ostborn von links nach rechts ins Bild. Der Ossi Ostborn. Ossi Ostborn. Okay, was ist das hier für'n Raum, ey? Ich versteh' den Mist hier nicht eigentlich. Ach, das ist ein Shader-Tester. Damit hat jetzt grad Stefan gesehen, dass ich innocent bin. Das ist richtig. Was war das? Das war ne Rauchkranade oder so. Kann man da oben eigentlich holen? Ich habe einen leichten... Das würde ich mich jetzt auch mal interessieren, ob man da hoch kann, Stefan. Ich glaub' irgendwie ja, weil... Also, ich hab' den grad noch mit seinem Ding rumfliegen sehen, ne? Ich glaub' der ist tot. Hat er wieder die Landung verkackst? Und den einzigen, den er nicht retten konnte, war ersetzt. Also, bei mir ist er aufge... Also, ich hab nur was aufgeratschen können. Hallo, Stefan. Hallo, Sabrina. Oh. Hm. Das ist natürlich jetzt dumm. Aber ihr müsst aufpassen, da kann man leicht runterfallen. Aber irgendwie... Das hättest du dem Pascal lieber mal vorher gesagt. Ja, der ist ja rumgeflogen, Alter. Dann... Drück mal auf den Knochen. ... mit seinem... Dingsbumsel. Ich hab'n gefunden, aber ich kann ihn runter ohne zu, äh... Fallen. Toilettenwickler. Toilettenwickler? Ich hab'n geschossen. Ich hab'n Zippel gefunden, aber ich komm'n hier nicht runter. Er schießt hier. Hab'n. So, bin da. Hä? Ja. Wegen vierten zu gestorben. Also, irgendwer hat ne Fake-Leiche gelegt, das war wahrscheinlich Peter. Nee, ich bin einfach auf den TNT-Block zugelaufen und hab'n links gegendrückt. Zippel, das war so gut, ey. Ich hör'n nur... Ach, guck mal, ein Light-Tot. Mhm. Ich hab'n ja ein Light... Ich wollt' mir eigentlich nur grad die Sniper holen und mich auf den Baum verpissen. Sag'mal, Alex, warum... Ich hab' schon oben dreimal auf dich geschossen. Alex, warum hast du eigentlich direkt auf mich geschossen, als du mich gesehen hast? Du hast doch zuerst auf mich geschossen. Nein, hab' ich nicht. Alter, was... Ich wurde beschossen und du tauchtest dann hinter mir auf. Also, es war schon ziemlich eindeutig. Ich war's nicht. Ich hab' auf Alex geschossen. Mhm. Alex, mhm. Denkste da jetzt mal drüber nach? Ich komm' mir jetzt gar nicht... Alex, ich stand direkt daneben, ey. Ich war bei Alex, Alex war's nicht. Ich war bei Alex, Alex war's nicht. Scheiße! Mein Herz! Hör' mal! Mein Herz! Jetzt muss ich wieder... Mein Herz! Doppelherz, ihr Lieben! Doppel. 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 warte mal kurz ich muss kurz was gucken ich bin detektiv jungen pascal ist die däge die war super scharf winnie pooh angeflogen fliegt mir das und winnie pooh in die fresse der andy hat sich einmal vertan und hat gedacht das wäre kein schaf sondern detective was soll man tun ich weiß so und verstecken kämpfen ja mach mal macht amüsiert der falsche wittchen in berg eh jemand schießt auf mich wer denn schade den ersten habe ich dann ist jetzt noch einer wer lebt denn jetzt noch schatz bist du ein schurke was ja ich bin ein ich bin der liebe bin der detektiv und detektiv sind nett stimmt nicht doch lukner wo bist du ichcess du wie du Pascale, du musst sagen, wer Traitor ist. Achso, Alex war Traitor. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, das hab ich gesehen. Das waren epische Battles, oder? Ja, natürlich. Das war nicht. Weißt du, ich seh's so, ich seh's so während der Spectator-Camp einfach, wie du halt einfach mit Peter nicht erkrattelst. Äh, da ist schon wer gestorben. Hier um die Ecke links. Alter, das hat aber nicht lang gedauert. Hier, irgendwo war das hier. Ist irgendwer von der Schrotflinte erschossen worden? Ähm, ich war hier gerade noch mit irgendeinem Haus. Das war der Andi. Ich habe eine McTen, ich war es nicht. Ich war's auch nicht. Ich hab ne Piste. Äh, Alex hat nur Schrot, oder? Ja, und? Weiß ich nicht. Was sind denn die Waffen? Die müssen dann natürlich auch weggeschmissen worden sein. Ja. Man kann es jetzt leider... Dein Ernst? Alter, hier. Hast du gerade aus dem Ding geschossen, während ich dir hände? Okay. Du warst doch noch weit genug weg. Ja, ja. Wombat. 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 Alter! Wombat. Vorsicht. Junge, Junge, Junge. Das ist lebensgefährlich. Nichts lebensgefährlich. Ich glaube, Stefan und Peter sind nicht. Die waren beide sehr schockiert, als ich auf ein TNT geschossen habe. Oh, ich bin schockiert, dass mein Leben in Gefahr ist, du Arschloch. Ja. Ach, fuck, ist doch nicht wahr. Okay, Junge, komm. Sabo ist es. Okay, Sabo ist es. Alter, Mann. Nein. Wer hat dich? Nein. Ich treffe die nicht. Wo ist die denn? Nein. Ich bin nicht der Andere. Ich bin nicht der Andere. Entschuldigung. Nein, hör auf. Eier Lack mir. Da hast du keine Geduld. Zade. Aber das tut auch weh. Ich hab dich sofort weg, immer. Na, da hab ich gesehen. Der war grad, warte, mir zählen. Und dann liegt der da. Das wäre ja nicht. Was? Wer bitte, wenn nicht und du die Angst da abgekleidet hättest. Ich dachte auch grad so, die Rundi hat sich langsam zu Ende. Mann, oder bin ich einmal Traitor? Er ist schon wieder Traitor. Wer? Fehlter Traitor. Okay, also haben wir uns schon mal konfirmt, dass wir beide in uns sind. Äh, du bist Traitor. Das ist ja einfach ganz klar, ne? Detektiv, mach mal was. Sag doch mal was. Aber was? Der ärgert mich. Wer ist denn da Lacken, Detektiv? Ach, ist das wieder der, der wieder oben drauf kämpfen wird? Ja. Detektiv. Ja, was kann ich euch tun? Wie kann ich euch helfen? Bitte, Stefan. Du sollst uns diktieren, was du, äh, was wir machen sollen. Ich soll diktieren, was du machen sollst? Ja. Töte die Traitorin. Traitorin. Ja, dann mach doch mal Vorschläge, wie wir rauskriegen, wer das ist. Indem ihr die richtigen Fragen stellt. Oh Gott. Okay, wer ist Traitor? Wen soll ich töten? Sie haben sich nicht selbst umgebracht, oder? Sippe, wen soll ich töten? Jemand hat gerade eine Traitor-Falle aktiviert. Ich habe ein Beep gehört. Beep. Oh. Oder ein Traitor-Raum, ich weiß es nicht. Ja. Weißt du eigentlich? Ich glaube, ich weiß auch wo. Ich weiß es leider nicht. Ja, unter mir, unter mir, unter mir, unter mir. Was ist denn unter dir? Was bist du denn? Oh mein Gott. Hier am Rand. Ah, 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 ah. Ich bin fast mit der Traitor-Falle gestorben. Ich weiß nicht, wo die ist. Ah, okay. Hier ist einer drin. Hier sind überall Kanzler Palpatines. Kanzler Palpatines? Meinst du hier in dem Raum? Wie heißt sie denn nochmal? Darth, äh. Darth Sidious. Ja, genau. Darth Vader. Darth Vader, Junge. Kann es sein, dass das Stefan war? Darth Vader. Nein, kann ich sagen. Weil Stefan kam da hinten nämlich gerade aus der Wand raus. Ich brauche einen. Ich brauche einen. Was für eine Wand? Ich habe das gesehen. Aus was für einer Wand? Minion. Du bist ja einfach aus der Wand gestiegen. Ich brauche einen Sandwich. Ich brauche einen Sandwich. Also, ich bin hier am Schild rumgehüpft. Der Stefan also. Jeder Baum. Wer ist da gerade von der Stiftwitte erschossen worden? Ich nicht. Und ich habe auch keinen erschossen. Lass mich in Ruhe, Alex. Gehe weiter. Weiter heißt weiter. Liegt jemand. Weil er hat immer so eine gute Idee. Flaschenlimo was. Mit Fataurus. Au. Wenn ich klettere, ist das immer eine gute Idee. Hä? Ist das Safe Call? Ist gerade jemand gestorben, oder? Also, ich bin es halt nicht. Wer auf mich schießt. Ich wehre mich, ne? Ich wehre mich. Ich bin es nämlich nicht. Ja, aber wenn der Detective fängt. Weiß ja nicht. Ja, der Detective ist aber der Pascal, also. Also, ich kann auch gerne in den Trader-Tester gehen. Ja, genau. Ich möchte allerdings erst mal vorher bestätigt haben, wer alles noch lebt. Ich bin am Leben. Ja. Okay, was war das? Der Peter ist tot. Ja, und ich wäre auch fast gestorben. Alex, geh weg. Okay. Geh weg! Du Schweinchen, du. Du bist ein Schweinchen! Nein! Nein! Alex, der Ficker! Super, du sagst, ich habe gesehen, wenn du da weggelaufen. Da liefen zwei von meiner Leiche weg. Zwei. Pascal, kannst du mir mal erzählen? Ja, die liefen da durcheinander. Und dann wusste ich nicht mehr, wer wer war. Da liefen zwei weg. Ach, Alex. Und es waren beide nicht Stefan. Ja, genau. Ich weiß nicht, wer das war. Ich nenne einfach mal einen Namen, der mir gerade einfällt. Ich habe Stefan und Alex gesehen. Weil ich den so geil finde und den gerne ficken würde. Was? Ich bin einfach nur vom Himmel gefallen, weil ich die Spider ganz vergessen habe. Pascal ist ein Engel, der ist vom Himmel gefallen. Hat das weh getan. Einmal ganz kurz. Im Gesicht. So voll auf die Nase, so tockt. Peter. Hä? Was hast du gesagt gerade? Die Explosion, die erste, die hat mich auf acht runtergehaunt. Echt? Ja. Das ist natürlich aber schon viel, ne? Junge! Zippe? Ich finde, dass dieser Funktion hat. Stefan hat gerade fast gekotzt. Luft holen. Hä? Ich habe nur Junge gesagt, weil hier das Ding explodiert ist direkt neben mir. Patal, du musst auch mal Luft holen. Das ist letztendlich ganz lang. Ich will hier nicht sein. Ah ja, okay. Ah ja. So, kommt mal, kommt mal zu mir. Wie funktioniert das hier? Was denn? Das ist zum Fall. Ja. Der soll, glaube ich, jemanden, der soll, glaube ich, zeigen, jemanden demaskieren quasi. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Es hat mir noch ein bisschen gejagt. Das ist mir scheißegal. Was ist da los? Alter, was? Oh, das kann man los. Nein! Ja! Ich habe keine Wasser. Oh, ich habe keine Munizur mehr, aber du mein Wurst! Nein! Oh mein Gott. Alter, was ist hier abgeht? Was ist jetzt genau gerade passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts mitgekriegt. Also, ich schieße jetzt einfach auf alles, was dich bewegt, oder? Das ist klar. Okay. Ich habe nichts mitgekriegt. Ich wollte ein Thomas auswählen, ich wollte ein Thomas auswählen, hab aus Versehen geschossen. Ach so geil, die ganze Sport in so einem Massaker ausgeartet ist. Ich hab mir rückgeschossen. Was haben wir denn noch neu? Ist hier irgendwas neu? Ich gucke gerade kurz. Oh ne. Ne, nicht Lavender Town. Ne, bitte nicht. Ich weiß es nicht. Hier ist, glaube ich, nichts Neues. Ach du Vogel. Was ist das denn? Okay, bis zur nächsten Folge.